Nach einem anstrengenden Arbeitstag wartet noch Ihre Büroarbeit auf Sie? Erschlagen Sie Ihre Papierberge auf dem Schreibtisch? Oder sind Sie auf dem Weg zu Ihren Kunden im Stress? Ständig klingelt Ihr Telefon und Sie können die Fragen Ihrer Kunden nicht zeitnah beantworten? Keine schöne Vorstellung, oder? Es gibt jemanden, der sich um Sie kümmert. Xyros Büromanagement analysiert Ihre Situation vor Ort, optimiert Ihre Arbeitsabläufe und Dokumente und berät Sie anschließend umfassend, wie Sie die effizienteren Abläufe in Ihren Arbeitsalltag integrieren können. Verabschieden Sie sich ganz von diesem Stress. Xyros Büromanagement übernimmt Ihre Ablage, Kommunikation oder Abrechnung und erledigt das für Sie. Und sind Sie unterwegs, liefern wir Ihnen die gewünschten Informationen und Terminänderungen unkompliziert aufs Handy, ohne dass Ihre Kunden davon etwas mitbekommen müssen. Sie sind immer präsent in Ihrem Kerngeschäft. Ihr Assistent im Hintergrund hält Ihnen den Rücken frei. Freuen Sie sich über mehr Zeit für Ihre Familie und Ihre Kunden, während die Büroorganisation im Hintergrund reibungslos und professionell erledigt wird. Nehmen Sie jetzt Kontakt zu mir auf und genießen Sie schon bald ein Leben mit einem Sekretär im Hintergrund. Eine helfende Hand für Sie und Ihren lästigen, zeitaufwendigen Bürokram.